Zu allem entschlossen! Auf meinen Befehl! Schnell! Sofort! Für die Freiheit! Was ist deine Falle? Mir nach! Ja, hier gibt's Gänge durch. Sollte aber erstmal hier die Geister und ihre Gruften töten. Sofort! Mir nach! Damit die schon mal keine Gefahr mehr sind. Bereit! Ja, und los! Endlich wieder kämpfen! Auf mein Zeichen! Letzter Fehler! Die Ahnen rufen uns! Auf mein Zeichen! Geht es los? So, ihr folgt... Nur zu! Hier bin ich! Bitte wieder meinem Avatar. Meine Axt wartet schon! Geht es los? Endlich wieder kämpfen! Hier kommt die nächsten Schlurfer. Da haben wir aber gleich die tausend, die wir brauchen für das nächste Upgrade. Das ist ein Hinterhalt! Okay. Lasst sie nur kommen! Das ist euer letzter Fehler! Nur zu! Da kommt doch ein Geist. Lasst sie nur kommen! Lasst sie nur kommen! Auf meinen Befehl! Zu allem Endlich los! Lasst sie nur kommen! So, dem seinen Vätern ausradieren. Oh, hier oben wäre jede Menge Eisen. Vorsicht, Gegner! Ja! Eisen und Mondsilber, was wir eigentlich bräuchten. Oh, Rune für Elfenarbeiter. Obsidian. Wieder so ein Indienbrustpanzer. Hier! Sofort! Geht es los? Auf meinen Befehl! Zu allem entschlossen! Hier! Sofort! Mir nach! Sofort! Schnell! Lasst sie nur kommen! Und ja, jetzt erst einmal über Umwege zur Stadt zurückziehen. Folgt mir! Oder noch gucken, was da oben ist. Das ist eine gute Idee. Meine Axt wartet schon! Hier wäre noch ein bisschen Stein. Kampf bereit! Mit festem Schritt voraus! Hier bin ich! Endlich wieder kämpfen! Oh, hier oben wäre auch noch mal Eisen. Wäre praktisch. Vorsicht, Gegner! Die Geisterbräder, die machen schon... Kronenkrieger, zu mir! Jetzt ja ein Treffen. Geisterbräder. Gehen wir hier rum? Da kommen wir wahrscheinlich hier hinten hoch. Ja, wir werden hier wieder neue Gegner auf uns zurennen. Meine Axt wartet schon! Die gelbe Markierung ist zwar immer wieder schön, aber man sieht dadurch so wenig in dem Moment auf der Map. Stand halten, Männer! Oh, hier liegt einer rum. Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Genau, die Ehrie kommt nicht hinterher. Ja, vorwärts! Zur Ehre Aonius! Ja, hier kommen wir direkt dann zu dem Lager. Oha, kommt nur her! Ja, vorwärts! Die Leiche von Cassius Demer. Die Leiche eines Reisenden liegt hier. Der Kleine und Nachschalter... ...dem liebes Handwerk nachgegangen zu sein. Was? Hallo, ich wollte fertig lesen. Mir nach! Nachgegangen zu sein. Ein vergibter Brief von Bart, den Namen des Empfängers. Cassius Demer. Die Leiche nach Hinweisen durchsuchen. Der Brief zerfällt bei der Untersuchung zum Staub. In der vermuteten Kleidung ist aber noch ein seltsames, goldenes Bruchstück zu finden. Das Bruchstück scheint zu irgendeinem Schmuckstück oder einem Kunsthandwerk zu gehören. Bereit! Und los! Mir nach! Also ja, Trickster sucht Finkme Winter und gebt ihr das goldene Bruchstück. Mhm. Ja, und die Angriffswellen werden jetzt auch immer härter, übrigens. Auf geht's! Marschieren los! Das hier wird nicht schön. Auf geht's! Mehr davon! Los! Alle Menschen schlossen! Kampfbereit! Geht es los? Endlich wieder kämpfen! Kommt nur her! Meine Angst wartet schon! Also ja, die Welle da wird unschön. Auf mein Kommando! Und los! Folgt mir! Amnettis, Zeug. Auf mein Kommando! In die Schlacht! Zu allem entschlossen! Gucken wir mal, was da hinten noch ist. Auf mein Zeichen! Kampfbereit! Schnell! Nur zu! Kommt nur her! Kommt nur her! Auf meinen Befehl! Ich bin aber doch Zeug, die schaffen dir! Schnell! Ja! Vorwärts! Schnell! Okay! Okay! Neue Truppe! Neue Truppe! Mehr davon! Los! Meine Axt! Endlich wieder kämpfen! Oh, da ist jemand zurück! Hier bin ich! Hier bin ich! Marschieren los! Ja, und los! Ach, und hier komme ich wieder... Vorwärts! Ja gut, hier kann ich hier oben rummarschieren. Ich darf nur den da oben nicht angreifen. Speichern wir Sicherheitshalber mal. Zu allem entschlossen! Marschieren los! Endlich wieder kämpfen! Mit festem Schritt voraus! Wobei hier gibt's keinen Weg nach da oben. Auf meinen Befehl! Vorwärts! Also gehen wir hier lang. Waren dann doch erst hier drüben. Ich hab gedacht, hier gibt's einen Weg nach oben, aber nein. Wobei, wir sollten erst das Lager ausschalten, weil... Hier spawnen die Gruff Terrors, die sind nicht ganz so hart wie die, ähm... Fleischjäger. Nur zu! Sofort! Wobei es schön ist, dass wir eh bald genug, ähm... Folgt mir! Ding haben. Folgt mir! Nahrung für den nächsten... Zum Angriff! Unseren letzten Bevölkerungsschritt. Und los! In die Schlacht! Zu allem Entschlossen! Die Ahnen rufen uns! Schnell! In die Schlacht! Und los! Mir nach! Schnell! Sofort! Zum Angriff! Jo, da haben wir genug. So, und weiter können wir grad unsere... Hier! Nicht machen! Das ist euer letzter Fehler! Sofort! Für den Orden! Und los! Ich höre! Was steht an? Kleinigkeit! Schnapp ich euch mal? Schon unterwegs! Ich höre! Ihr solltet aber allerdings nicht dahin laufen. Kinderspiel! So, erst mal dahin. Bereit! Und los! Folgt mir! Gibt es Arbeit? Hier wäre noch Eisen gewesen. Rotzimmer gibt es leider nur hier drüben. Das ist nicht so gut. Ja! Vorwärts! Ja! Vorwärts! Vielen Dank.